Der Zustand unserer derzeitigen Palisaden-Baustruktur zeigt nicht wirklich, wie toll und gut es unseren Dorfbewohnern in Ancient Cities geht. Sie haben Essen genug, sie haben fortschrittliche Häuser, es sind kaum Sachen kaputt. Es gibt endlich auch Brot auf dem Speiseplan, also besser kann es eigentlich nicht mehr werden. Deswegen lasst euch nicht hier was anderes einreden, auch wenn die Palisade noch ein bisschen schief und krumm aussieht. Das wird definitiv demnächst besser. So, wir haben die letzte Folge auf einer sehr positiven Note beendet. Mal gucken, ob wir das heute jetzt in dieser Folge beibehalten können. Wir haben sehr viel bauen können, unter anderem diese Erdtöpfe sind jetzt hier fertig. Hier vorne wird noch unser nächstes Rundhaus gebaut. Die Ernte wurde eingefahren, beziehungsweise wird jetzt dann noch eingefahren. Ne, wurde schon, 439 Erbsen sind da. Wie schon gesagt, es gibt auch mittlerweile Brot, weil sehr viel an Weizen hier entsprechend arbeitet wurde. Ich bekomme gerade einen Hinweis, dass wir schon bei 90 Dorfbewohnern sind. Und ansonsten, hier vorne brauche ich denn jetzt schon für die Tiere etwas. Einige klagen über Überarbeitung, 1% war das. Irgendso ein Nörgler hat jetzt gerade eben versucht eine Petition zu starten. Hat aber die Rechnung quasi ohne die anderen Dorfbewohner gemacht, die sehr zufrieden sind mit ihren Arbeitsaufträgen. Hier vorne diese Strohsachen. Wir werden das mal probieren. Ich habe ja schon des Öfteren gesagt, ich bin kein Freund von manuellen Tätigkeiten, die ich immer vergeben muss. Wir haben ja hier vorne diese Tröge pausiert, damit nicht die Tiere immer hier reinlaufen und das Heu wegfressen. Obwohl sie eigentlich draußen erstmal was fressen könnten. Ich werde das jetzt mal lassen, weil wir sehr viel Stroh haben und auch sehr viele Sammler haben. Und ich einfach jetzt mal hoffe, dass wir dadurch dann auch genügend Stroh haben für die Tiere, dass sie hier reingehen können. Tagsüber oder tagsüber, ja. Zu den Jahreszeiten, wo sie eigentlich auch draußen essen, fressen könnten. So, ich sehe gerade, wir haben sehr viel Stroh derzeit. Das heißt, wir werden jetzt nochmal ein paar so Heubehälter machen. Erwachsen, Stammeswissen wurde verbessert. Sehr schön. Wir werden nochmal zwei so Heubehälter bauen. Unten, oben, einen. So. Damit wir hier auch genügend Lagerplatz haben und das nicht immer auf dem Boden bunkern müssen. Und wenn das jetzt so passt, dass das jetzt hier so liegen kann und die Tiere jetzt nur ab und zu mal vorbeikommen, dann bin ich mega happy, wenn sie alles jetzt immer wegfressen und die Leute nicht mehr hinterherkommen mit dem Auffüllen von Stroh. So wie jetzt hier zum Beispiel Kuh Nummer 10. Dann gucken wir mal, ob das so bleiben soll. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Ansonsten musste ich nämlich immer wieder hier reingucken, hier oben. Hier vorne reinschauen, ob die Saison schon beginnt, dass die Tiere nichts mehr fressen können. Und diese Arbeit will ich mir nicht machen. Ihr wisst ja, ich bin ja sehr faul. Jetzt ist aber hier ganz schön schapfenduster und neblig. Ich bin ja sehr faul und deswegen mache ich da jetzt erstmal nichts. Hier oben liegt immer noch sehr, sehr viel an Erbsen. Ist hier unten schon alles voll, ja. Wir können quasi in Erbsen baden. Eigentlich können wir in allem baden, wenn ich das so richtig sehe. In Roter Beete, in Erbsen, in Hagebutte, in Pinienkernen, in... Das ist das Haselnuss. Hier vorne der Käse könnte noch ein bisschen überarbeitbar sein. Wobei da auch schon 27 Einheiten da sind. Fleisch ist da. Fisch ist auch noch ein bisschen besser. Was liegt hier alles auf dem Boden? Das sind die ganzen Pinienkerne. Und irgendwie, keine Ahnung, was das hier ist. Was sind denn das für ein Stückchen? Können wir mal ganz kurz gucken, wenn die Leute sich das holen. Was das hier ist, was die hier tragen. Der Drescher ist einsatzbereit. Schauen wir uns gleich an. So, wir schauen mal kurz, wer hier... Ah, hier. Das sind die bearbeiteten Stückchen. Ach so. Wir haben jetzt keinen separaten Lagerplatz für die bearbeiteten Stückchen. Ist aber auch okay, weil es gibt ja nur einen Liegeplatz. Und den haben wir ja schon. Ich würde nur gerne die Pinienkerne noch ein bisschen woanders sehen. Nicht 277. Also wir machen nochmal einen Tonbehälter für die Pinienkerne. Dass wir so viel Pinienkerne... Ich habe ja in meinem Leben, glaube ich, noch nie selbst Pinienkerne gegessen. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ob die gut schmecken. Oder nicht gut schmecken. Oder ob das, keine Ahnung, wie Nüsse ist. Oder... Ich stelle mir ehrlicherweise... Es gibt immer diese Tannenzapfen. So stelle ich mir Pinienkerne vor. Obwohl ich mir sicher bin... Ja, vielleicht... Also das Bild sieht ein bisschen so aus wie die Tannenzapfen. Aber ich bin mir sicher, Tannenzapfen sind nicht essbar. Also sind schon essbar. Aber wahrscheinlich nicht so gut verdaubar. Oder schmecken bestimmt auch nicht so gut. Deswegen wundert mich das. Ich muss mal googeln, was Pinienkerne machen hier. Wo man die herbekommt. Dann werde ich mal im Livestream ein paar Pinienkerne verputzen. So. Es war noch irgendwas fertig. Jetzt habe ich mich verquatscht. Ah, der Drescher war fertig. Die Rundhütte ist auch schon fertig. Wie cool ist das denn jetzt hier? Das geht ja alles so zackig hier. Also wir stellen hier ein. Mit hoher Priorität auch wieder. Dann Lagerplatz hier vorne reicht locker. Ich glaube, wir hätten den dritten Drescher gar nicht gebraucht. Aber naja. Wir haben sehr viel Mehl, sehe ich hier. Dachte ich. Na doch. Wir haben hier sehr viel Mehl. 20 Einheiten. Also wir können theoretisch auch nochmal ein paar Öfen machen. Weil die zwar Wartung brauchen. Aber die laufen ja ansonsten jetzt so dahin. Da muss jetzt nicht ständig jemand dabei stehen. Oh, wir haben ein Achievement. Liebe Freunde. Ein Achievement. Während die Sonne auf oder unter geht. Hier oben steht es ja auch nochmal hier. 20 Jahre Ingame gab es jetzt hier. Das ist schon ziemlich toll. Also das freut mich jetzt sehr. Dass wir das jetzt hier geschafft haben. Da bin ich jetzt sehr, sehr happy auch. Und ich hoffe ihr natürlich auch. So, einmal hier platzieren. Jetzt ist die Frage, ob wir nochmal Öfen machen. Oder ob wir es bei dem jetzt hier so lassen. Wir machen mal vier Öfen. Und schauen mal. Ja, schön. 20 Jahre jetzt hier schon unterwegs. Fühlt sich auch ein bisschen an wie 20 Jahre Let's Play. Aber ganz so lange spielen wir jetzt noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letztendlich. Weil eben, ob ich das mal... Mitte Februar ging das los hier. Das Let's Play. Da ich ja im Grunde eigentlich nur alle zwei Tage hochlade. Und ab und zu mal ein paar Tage auch Pause habe dazwischen. Sind wir hier schon ganz gut vorwärts gekommen. Gefällt mir. Man könnte natürlich... Wisst ihr, was ihr noch machen könnt? Weil wir jetzt so viele Stöckchen und Zeug haben. Wir haben ja auch ganz viele Rohstöckchen. Dass wir hier vorne vielleicht nochmal ein bisschen so einen Zaun machen. Für den Lagerbereich hier. Es ist ja nicht viel Lagerbereich hier. Aber vielleicht, dass man das nochmal ein bisschen eingrenzen könnte. Aber das sieht dann auch wieder... Nicht so gut aus. Hm. Na gut. Dann würde ich jetzt fast sagen, dass wir noch die anderen Häuser abreißen. Somit ist jetzt langsam diese Strohhäuser. Die Schilfhütten. Die großen Strohhütten war das. Genau. Und uns dann jetzt hier mehr auf diese Rundhäuser fokussieren. Wir gucken mal. Also erstmal weg damit. Vielleicht, dass wir auch gleich zwei abreißen. Hier oben auch noch. Und dann planen wir hier oben eine Rundhütte ein. Und die nächste wäre dann... Ja, könnte man zum Beispiel auch noch hier eine reinsetzen. Oh, hier ist auch noch eine dazwischen. Kommt dann auch weg. So. Aber auch das wieder. Wie schnell das alles abgebaut wird hier. Wie schnell das alles mittlerweile so funktioniert. Ich bin schon echt begeistert. Und ich glaube, wir haben mittlerweile wirklich so viele Leute, die gar nicht mehr überall arbeiten können. Strohh 6 von 8. 3 von 3. 4 von 4. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt nochmal irgendwie die Gruppen großartig anpassen muss oder so. Guck mal bei... Hier bei Strohh ist auch okay. Vielleicht, dass wir bei Hirten einfach nochmal zwei Leute mit reinsetzen. Keine Ahnung, was die Hirten sonst noch machen, außer die Tiere zu füttern. Ob die dann auch melken oder ob das jeder macht. Das ist Wahnsinn. Also es ist... Wir haben keinen Bedarf jetzt mehr großartig an Seil. Es wäre noch ein bisschen mehr Baumstamm notwendig. Aber der wird ja halt momentan sofort verbaut wieder. Stein ist da. Wir haben viel Schlamm auch. Stroh ist auch da. Und ja Gott sei Dank auch ein bisschen was wieder vom Weizen dann. Auch das passt super. Aber es fehlt halt noch ein bisschen an Stammeswissen. Damit man hier nochmal ein bisschen mehr bauen kann. Wo war denn das hier? Hier steht immer noch an Architektur. Irgendwie kriegen wir das Architekturwissen irgendwie auch nicht so richtig rein. Was etwas schade ist. Etwas schade ist. Wir gucken mal kurz auf die Arte, ob irgendjemand in der Nähe ist hier vorne. Die haben auch nichts mehr, was wir jetzt noch unbedingt brauchen. Müsst jetzt ehrlicherweise nicht. Wir brauchen ja keinen Samen mehr oder sonst was. Es ist alles, wie gesagt, es ist alles hier Schlaraffenland. Bis auf das Regenwetter natürlich. So, Migrationsgruppe. Ah, hier Lederverarbeitung hilft uns leider nicht. Aber ist schon mal nicht schlecht. Architektur ist auch alles schlecht noch. Na gut. Nimm dich trotzdem mit. Eine weibliche Ziege. Können wir noch gebrauchen hier bei uns im Dorf. Dorf. Hier wollte ich nicht raus, sondern was ich wollte war, Ziege zu weisen. Auch immer so umständlich hier. Aber habe ich schon sehr oft geschimpft. Jetzt klicke ich zweimal auf Jäger. So, gut. Also es wird anscheinend auch gemolken von den Hirten dann. Keine Ahnung, ob das dann auch die anderen machen. Wir gucken mal. So, hier vorne müsste noch repariert werden. Mit ein bisschen Schilf, aber ansonsten. Alles super gut. Dann der Räumel hier vorne ist fertig für die Pinienkerne. Dann. Ich kann aktuell auch nichts mehr abreißen jetzt. Soweit ich das sehe. Pinienkerne werden jetzt hier rüber getragen. Wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Dann liegen hier vorne nur noch die Stöckchen. Das ist aber okay, weil hier werden ja auch die Stöckchen gemacht. Genauso wahrscheinlich dann wie irgendwo die Seile herumliegen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir die Seile irgendwo speziell noch abgelegt haben. Aber ich glaube, die Seile liegen auch irgendwo herum. Wichtig ist, dass unsere Dorfbewohner die Seile auch wieder finden. So, ist hier schon wieder, jetzt wird hier schon wieder bepflanzt. Zum Henker. Ey, 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 ey. Wir haben ja so viel Essen und Zeug, dass wir gar nicht mehr, also, was soll ich denn mit dem ganzen Zeug jetzt machen? Ja, Wahnsinn. Hier vorne ist so ein bisschen der Lieblingsspot unserer Kühe, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Hier vorne ist Lieblingsspot. Na gut, 96 Leute sind jetzt bei uns im Stamm. Es sieht ehrlicherweise gar nicht so aus, als wären das 96 Leute, oder? Also es ist, man merkt es ein bisschen, ähm... Oh, wir haben hier, Moment, jetzt habe ich hier Architekt alle Gebäude gebaut. Ich habe irgendwas Besonderes gebaut. Was habe ich denn jetzt gebaut? Wieso ist jetzt hier diese Meldung gekommen? Ach, die Palisade. Die Palisade ist hier, das ist ja... Ja gut, also die Palisade ist fertig. Das Tor noch nicht. Die wird hier traurig stehen bleiben. Vielleicht, dass wir jetzt mal ganz kurz noch, weil wir es können, das eine Gebäude einplanen. Ich glaube, dass ich jetzt hier alles gebaut habe. Das hier würde ich gerne mal dieses Lagerhaus, ne? Dieses kleine Lagerhaus, das komplett sinnlos ist, weil es so viel Platz wegnimmt, so viel Wartung benötigt. Aber trotzdem nur eine Ressourceneinheit lagern kann. Wir packen die mal hierher. Vielleicht fällt uns noch ein, was man hier lagern könnte. Aber wir gucken mal kurz, ob wir schon alles jetzt gebaut haben, was hier zu bauen ist. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob für das Achievement das dann auch stehen muss. Oder ob es reicht, wenn man es nur einmal gebaut hat und dann wieder abgerissen hat. Das könnte theoretisch auch sein. Aber ich würde sagen, wir haben hier schon mal alles gebaut. Gut, bei den Zäunen, da würde ich jetzt fast sagen, da fehlt es noch. Keine Ahnung, ob wir schon mal eine Steinmauer gebaut haben. Wir bauen mal hier oben. Bei uns am Altar. Irgendwo, wo war der Altar, der Teure? Bauen wir jetzt auch noch eine schöne Steinmauer. Hier so schräg. Oh, schön. Vielleicht, dass wir das außenrum machen. Die ist schon ganz schön schief gebaut. Habe ich schon ganz schön schief gebaut. Das war nicht meine Absicht. Es wird wieder so ein endlos Projekt hier oben. Ich mache mir wahrscheinlich wieder die ganze Wirtschaft jetzt kaputt. Durch dieses Gebäude hier. Es ist krumm und schief alles. Dann machen wir das anders. Dann machen wir hier entlang so einen kleinen Mauerabschnitt. Und hier drüben auch nochmal ein. Das sieht richtig schön hässlich aus. Na gut. So, dann die Flechtzäune. Das waren die Zäune mit den regulären Stöckchen. Die haben wir ja schon hier gebaut. Wir haben den normalen Zaun, dachte ich, auch schon gebaut. Allerdings weiß ich nicht, wo. Ah, vielleicht hier unten. Was ist der Zaun hier? Der Flechtzaun. Ja, auch der ist schon gebaut. Sehr, sehr schön. Dann Palisade. Das passt. Wir haben schlichtes Grab gebaut. Wir haben Steingrab gebaut. Wir haben die Opfergaben gebaut. Was wir noch nicht so wirklich gebaut haben, sind natürlich die Sachen hier. Kleiner Men hier. Tempel. Ah, weil das alles so teuer ist wieder. Ne, das sparen wir uns noch. Dekorativer Korb. Keramik. Gefäß. Ich packe mal Keramikgefäße vorne ran. So. Auf den Brunnen bin ich sehr gespannt. Das wäre halt super gut, wenn der auch irgendwie noch nützlich wäre. Also wenn man dadurch dann irgendwie nochmal, ja, Wasser als Ressource nutzen müsste. Aber nix, ne. Ich glaube nicht. Der ist wirklich rein dekorativ. So, hier fehlt es jetzt an was. Baumstämme. Oh, wir brauchen hier sehr viele Baumstämme. Ja gut, dann können wir ja zum Beispiel mal kurz unsere Holzfäller nochmal aufstocken, weil wir ja so viele Arbeitskräfte haben. Wir roden jetzt quasi den ganzen Wald ab. Wer braucht schon den heiligen Wald hier oben? Der wächst ja bestimmt wieder nach irgendwann. Was ich eigentlich sagen wollte vor gefühlt 20 Minuten. Man sieht jetzt hier, wenn alle so ein bisschen zusammen um die Lagerfeuer herumstehen, dann sieht man schon, dass hier schon ganz schön viel Betrieb ist. Aber wenn sich das dann alles schön verteilt, tagsüber, auf die einzelnen, auf die einzelnen Arbeitsbereiche, dann sieht das immer noch verhältnismäßig wenig aus auch, ne. Aber jetzt hier, hier sieht man es sehr deutlich, jetzt hier am Morgen, wenn sich alle hier Scharen und ihr Brunch einnehmen und dann ihre Dinge gehen hier. Gut, dass ich kein Computer bin und das nicht alles berechnen muss. Da bin ich ehrlicherweise sehr, sehr froh. So, hier wieder 300 Weizen, Wahnsinn. Wir haben immer noch 17 Brot jetzt. Also, wenn das gut läuft, dann können wir hier sogar mit dem Brot dann haushalten bis zur nächsten Weizenernte. Könnte durchaus sein. Das ist der Hammer. So, Ofen ist einsatzbereit. Der wird ja wahrscheinlich sofort wissen, was er zu tun hat. Ofen, jawohl, wird auch schon Mehl eingelagert. Gut, der Feuerhaufen ist auch schon einsatzbereit. Jetzt wird hier alles schön durchgebaut, bis wir dann entsprechend die Baumstämme hier bekommen. Können wir mal verfolgen, ob die Holzfäller auch wirklich ihrer Arbeit nachgehen. Jetzt ist natürlich wieder ein schlechter Zeitpunkt. Oder ob man denen jetzt wirklich tatsächlich irgendwie sagen muss, hey, ihr solltet jetzt endlich mal ein bisschen Bäume fällen. Mir fällt gerade auf. Wir haben jetzt so viele Arbeitskräfte und ich habe trotzdem aber immer noch ein Limit von 50 Werkzeuge. Seht ihr das? Also, das werden wir definitiv auch erhöhen. Dann wird nochmal ein bisschen mehr Arbeit zu tun sein. Gerade was den Bau von Werkzeugen dann betrifft. Aber wir, das müssen wir auf alle Fälle machen. Das gehen wir dann an, sobald ich hier die Icarni Verfolge Verfolge Aktpinie Ah, doch, die geht jetzt in den heiligen Wald natürlich. Sie geht in den heiligen Wald. Ich habe nichts anderes erwartet. Die heiligen Bäume sind einfach die tollsten Bäume. Guck, die holzen jetzt den ganzen Wald ab. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Aber ganz ehrlich, ich mache mir nicht die Arbeit, dass ich jetzt hier immer ständig alles markiere für die Leute. Es ist halt mal so. Irgendwann ist der letzte Baum gefällt. Dann kann auch hier die Holzfällergruppe nichts mehr machen. So. Okay, dann gucken wir uns mal ganz kurz an die Überarbeitung der Dinge hier. Handwerksseil. Ich glaube nicht, dass wir jetzt großartig noch mehr Seil brauchen derzeit. Stöckchen sind ja auch einige da. Jawohl. Die werden zwar jetzt dann verbraucht, aber passt schon. Also wir machen jetzt hier 100 überall rein. Wir bräuchten keine 100 Äxte. Aber ich muss das machen, um das Gleichgewicht zu halten im Spiel. Ansonsten sehen die Zahlen krumm und schief aus. Das ist wie wenn du die Lautstärke am Fernseher oder am Radio irgendwie auf 100 setzt oder auf 10 oder auf 1. Du kannst sie aber nicht, das ist physikalisch auch nicht möglich, auf 7 oder so stellen. Das geht nicht. Oder auf 70. Oder auf 77. Das ist ja noch schlimmer. Oder 63. Irgendwie sowas. Das macht keinen Sinn. Würde ich auch nicht empfehlen. Es kann durchaus passieren, dass dann die Welt untergeht. Also von daher macht das bitte nicht. Ich würde noch ein kleines bisschen gerne länger leben. Euer Haufen ist fertig. Sehr schön. Hier vorne kommt die Hütte. Hier unten, die ist noch ein bisschen langsam im Bau. Aber alles gut. So, da gucken wir mal. Komischerweise haben wir jetzt ganz wenig Werkzeuge plötzlich. Wahrscheinlich, weil wieder Werkzeuge jetzt in der Nutzung sind. Wenn ich das richtig sehe. Vielleicht hätte ich gar keine 100 gebraucht, weil sowieso nicht immer alle 50 Werkzeuge nutzen. Das ist eigentlich richtig, ne? Jetzt wird es ein bisschen klarer. Wir brauchen ja aktuell nur 10 primitive Haselnussbögen und keine Ahnung, dann vielleicht 10 Knochenharpunen. Aber das war es dann auch, ne? Also, na gut. Aber dann haben unsere Leute wenigstens was zu tun. Wie sieht es jetzt fleischmäßig aus durch die Reduzierung? Hier hat sich zumindest das Trockenfleisch sehr reduziert. Wir haben noch ein bisschen mehr Brot. Aber man soll ja sowieso nicht so viel Fleisch essen. Wir haben unglaublich viel Haselnuss. Sehr, sehr viel Hülsenfrüchte. Oh, doch. Hier ist ja noch 63. Hier ist ja doch noch Trockenfleisch. Ich finde, wir haben so einen richtig tollen, ausgeglichenen Nahrungsmarkt hier. Also, es gibt irgendwie von allem ein bisschen was. Also, für alle wünsche, diejenigen, die vegan was wollen, diejenigen, die so richtig deftig ins Fleisch reingehen wollen. Die, die vielleicht ein bisschen so in der Mitte sind und auch den Käse mal bevorzugen. Es ist schon echt, äh, es ist Luxus pur. Habe ich hier 146? Oh Gott. Stopp! Oh Gott. Oh Gott. Leute, jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Bäume hinkommen. Ich habe 150 Bretter hier vorne liegen. Ich habe 150 Bretter hier liegen. Weil die nicht aufhören, die Baumstämme zu. Kein Wunder, dass wir den halben oder ganzen heiligen Wald hier fällen müssen, wenn hier ständig Bretter erstellt werden. Ich dachte, ich dachte, die werden alle für die Palisade verwendet, aber ist schon richtig, so viel Palisade haben wir jetzt nicht geplant. Die sind schon fertig, die ist schon fast fertig. Es fehlt noch ein bisschen Baumstamm und ein bisschen Seil und ich wundere mich, wieso ich keine Baumstämme habe. Ja gut, also das ist natürlich auch etwas, was zum Beispiel in Männerlords auch fehlt, dass man hier so Limits hinterlegen kann. Ansonsten passieren halt solche Sachen wie zum Beispiel das hier. Na gut, jetzt habe ich ein paar so Bretter. Das heißt, da könnte man doch vielleicht mal noch hier ein paar Holzwege zum Beispiel einplanen. Wir machen das mal am nächsten Morgen. Vielleicht, dass wir uns einfach mal selbst so einen schönen Holzhauptweg bauen. Vielleicht wird das mal ganz, ganz nett. Wohne ist Holzweg, keine Ahnung, wo der Holzhauptweg eigentlich sein sollte. Hier vielleicht so durch. Wohne durch. Aber dann muss wieder außen rum gehen hier bei den bei den Mühlen. Da würde natürlich die Mühlen auch wegnehmen und dann hier so einen schönen Weg hier durch. Hab natürlich wieder viel zu schief gebaut. Wo wäre denn noch ein schöner Platz für? Ich denke mal, dass wir mit 150 Brettern sowieso nicht zu viel machen können. Also das ist überschaubar. Irgendwie hier drinnen oder so, so außen rum. Ja, da so kreativ. Oder wir verbreitern einfach hier den Weg. Oh, da ist hier unsere Steinmauer fertig gebaut. Ich habe nichts anderes erwartet. Sie ist wunderschön. Man könnte jetzt zum Beispiel, ach, jetzt ist hier vorne dieses Lager wieder, Mensch. Können wir denn das Lager hier mal etwas reduzieren und stattdessen dann hier erweitern. Vorne erweitern, ne? nehmen wir ein paar Steine raus hier und packen dafür hier rüber. Dann könnte man nämlich hier schön einen Weg runter liegen. Wenn denn das auch ein bisschen gebogen möglich wäre. Wenn man hier oben anfängt, keine Ahnung, wie man das jetzt am besten verbindet. Dann haben wir quasi jetzt so und das direkt jetzt anschließen hier. Jetzt hier so eine kleine Ecke ehrlicherweise drin, die ich nicht gerne hier hätte. Das so machen. Dann überlagert. Vorne noch ein bisschen so. Ah, dann ein bisschen so hier runter. Es darf ruhig ein bisschen schief sein. Bis hier runter. Damit auch jeder gleich weiß, ah, hier geht es zum Altar und zum ehemals heiligen Wald. Oh, wachsen hier oben wieder die Bäume nach? Sieht fast danach aus. Es sieht fast danach aus. Sehr schön. So, das wird unsere Leute wieder sehr beschäftigen, aber da wir ja schon die Rohmaterialien haben für diesen Weg, sollte das eine Sache von maximal Bauzeit eine Woche sein. hier. Das ist wie beim Berliner Flughafen, das sollte relativ schnell gehen, denke ich mal. Und dann passt das schon. So, was ist hier los? Hier vorne ist auch Wartung erforderlich. Oh, wo ist mein ganzes Stroh hingekommen? Okay. Das habe ich vermutet wieder. Das habe ich vermutet, dass hier wieder wahrscheinlich alles weggemampft worden ist. Oder wir haben das, aber wir brauchen ja nur 100 Stroh für so eine Hütte. Wir brauchen ja nur 100 Stroh für eine Hütte. Wir hatten ja, wir hatten ja irgendwie 1000 Stroh auf 500 mindestens. Ja, dann hoffe ich aber, dass jetzt hier die Leute aktiv am Stroh suchen sind. Wie viel habe ich denn jetzt hier Platz mit den Dingern hier? Ich habe hier 300, 600, hier oder? Ja, 4. Das heißt, wir können unser Strohlimit mal erhöhen. Auf das hier immer gesammelt wird auch. Da bin ich ja jetzt mega enttäuscht wieder. Ich meine, die Tiere, die können jetzt wahrscheinlich draußen weiden, wenn ich das richtig sehe. Wir haben ja wieder Frühling, aber da ist gar nichts mehr da jetzt. Ich meine, wir bekommen wieder ein bisschen Stroh dann von der Ernte hier oben. Wir haben 70 Brot jetzt und jetzt steht dann auch noch die Ernte an, die Weizenernte. Boah. Nun gut, liebe Leute. Ihr seht, dem Dorf geht es prächtig. Dann warten wir noch auf Migration. Vielleicht, wenn noch zwei Migrationswellen kommen, dann sind wir bei 100. Ich würde halt schon ganz gerne, also ich, ne, ist schwierig. Bei 100 dann aufhören. Okay, hätte ich jetzt ehrlicherweise kein Problem mehr. Uh, Migration. Aber, ich hätte gern noch das letzte Haus gebaut. Ich hätte es zumindest gern gesehen. Ich kenne das nur von Screenshots. Hey, nochmal ein Bulle hier. Ich kenne das nur von Screenshots. leider wieder keine Architektur und würde das halt gerne mal direkt auch mal selbst bauen. Das würde mich schon sehr, sehr reizen. Willkommen in Utopia. Kann ich euch da jetzt nur sagen, liebe Leute. Willkommen in Utopia. Ich habe das Gefühl, meine Tiere, die pflanzen sich nicht fort. Ich weiß nicht, wieso. Anders als meine Dorfbewohner, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben immer die gleichen Tiere. Wurde zwar, wie wir schon gesehen haben, auch geschlachtet. Sehr, sehr komisch. Sehr komisch. Na gut, na gut. so, Stroh 79, 76, könnte man nicht einfach nochmal, dadurch, dass wir zu viel Arbeitskräfte haben, ich jetzt einfach sage, bitte einfach mal hier oben alles entfernen. Da müsste doch jetzt Unmengen an Stroh herauskommen. Wir haben unser erstes Lagerhaus abgeschlossen, dann sehen wir uns das auch mal an. Ein tolles Lagerhaus, ein großes Lagerhaus mit viel Platz. Allerdings vom Wartungsaufwand sehr hoch. Wir können auch alles einlagern, was wir wollen. Die Frage ist, könnte man vielleicht hier, wir haben immer sehr viel Hülsenfrüchte, dass wir hier oben noch die Hülsenfrüchte einlagern. Ich glaube, das wäre ganz okay. Obwohl die hier unten auch noch Platz haben, aber die nächste Ernte, die steht schon in den Startlöchern wieder. So, was wollte ich jetzt gucken? Achso, hier oben. Wir gucken mal ganz kurz, ob die jetzt Stroh transportieren dann. Transportiert keiner was hier. Sammelt ihr? Die sammeln wahrscheinlich wieder lauter Pflanzenfasern. Keine Ahnung, was die hier machen. Keine Ahnung. Die rupfen das Gras aber keine Ahnung. Stroh wurde dadurch jetzt nicht mehr. So, unser Palisadentor ist fertig. Es sieht sehr prächtig aus, möchte ich sagen. Also, da kann man schon ein bisschen stolz sein. Wäre noch gut, wenn man eine Wache aufstellen könnte hier am Tor, damit hier niemand einfach so reinlaufen kann in unser Dorf. Unser Dorf muss sehr geschützt bleiben. Na gut, wir Stroh, was habe ich denn noch, wie haben wir denn Stroh gemacht? War den Stroh nochmal irgendwie so eine Spezialressource, die man sich hier anschauen musste? Also natürlich aus den Weizen Sachen ja. Na gut, liebe Leute, nochmal ein Achievement. Zwei Achievements habe ich jetzt schon bekommen in dieser Aufnahmesession. Wir haben 100 Dorfbewohner erreicht. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Die schlafen jetzt alle. Einer feiert hier vorne. Wer ist das hier? Pizza mit 52 macht allein hier Party hier vorne und feiert alleine am Feuer. Ich mache mal kurz einen Screenshot von der Itza, weil das ist ja schon ein bisschen traurig. Itza feiert alleine, dass hier 100 Dorfbewohner angekommen sind. Tratzt sich verlegen am Bein. Ist jetzt nicht die beste Party, aber Itza, ich bin stolz auf dich. Es ist schön, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Jetzt wo Itza weg ist, kommen auch die anderen Leute raus und ist hier wieder sehr viel Trubel. Keine Ahnung, ob das der Itza zu denken geben sollte. Aber gut, vielleicht hat sie jetzt auch schon einen Monat nicht mehr geduscht, badet. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen verständlich, dass man Abstand hält. Aber natürlich nicht für immer. Sobald die Itza dann wieder gebadet ist, gebadet hat, jetzt ja auch wieder in das Dorfleben integriert. Sehr gut. Ja cool, 100 Leute. Das heißt, uns stehen jetzt alle Möglichkeiten offen. Entweder wir spielen noch weiter bis auf Null, wobei das echt sehr, sehr lange ist, ehrlicherweise. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt, wir haben jetzt so lange, so viel Zeit jetzt so schnell hinter uns gebracht. Das Gefühl, dass diese historischen Jahre jetzt viel langsamer vergehen mittlerweile. Vielleicht kommt das auch irgendwie dann zum Stillstand, dass das so abnimmt. Je näher du der Null kommst, umso langsamer verläuft die Zeit vor Christus. Keine Ahnung. Aber es kommt mir sehr, sehr langsam vor, ehrlicherweise jetzt. Ne, gut. Ich habe hier bei mir aufgeschrieben, ich sehe es gerade auf dem zweiten Monitor, bei höchster Geschwindigkeitsstufe zwei Jahre in fünf Sekunden. Ich gucke nochmal, zähle mal mit, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, da passiert ja gar nichts, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, was? Moment, ist das echt so? Das war eigentlich jetzt nur ehrlicherweise von mir eine witzige Anekdote, dass das hier langsamer wird, je näher wieder der Null kommen. Da kann ich natürlich noch lange Let's Plays aufnehmen, wenn wir hier bis auf Null spielen wollen. Okay, ich gucke nochmal, ich habe auch bei höchster Geschwindigkeitsstufe circa zwei Jahre in fünf Sekunden. Ich gucke nochmal. Also, wenn jetzt gewechselt wird, demnächst, da sehe ich ja jetzt schon, dass das keine fünf Sekunden sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, ei, und es ist ja nur ein Jahr, ne? Es ist ja nicht zwei Jahre jetzt in siebzehn Sekunden, sondern nur ein Jahr. Okay, deswegen wird das immer, ich dachte schon, irgendwie kommen wir hier auch nicht vorwärts, ne? Na gut, ähm, okay. Das heißt, anhand dieser Zahl werden wir uns nicht mehr orientieren, ansonsten sehen wir uns dann irgendwann mal in Let's Play Folge 3000 und wir werden wahrscheinlich dann, machen wir ein bisschen langsamer hier, wir werden dann wahrscheinlich uns was anderes überlegen, also entweder wir werden wirklich noch abwarten, bis wir diese Architektur erreichen, sodass wir dann das nächste Haus noch bauen und machen dann Schluss oder wenn das wirklich zu lange dauert und es wirklich sehr langweilig wird, dann würde ich auch sagen, dann können wir auch einfach so mal zu einem Ende kommen. Ich würde aber heute ehrlicherweise jetzt in meiner Aufnahmesession würde ich schon noch ein bisschen gerne was aufnehmen. Also ich kann immer noch ein bisschen was erzählen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so interessant ist. Wir haben immer noch ein bisschen zum Zugucken, zum Optimieren, zum Nachschauen, vor allem was jetzt zum Beispiel die Drohproduktion betrifft. Und für ein paar Folgen wird es definitiv noch reichen und dann schauen wir einfach mal weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.